Habt ihr euch schon mal darüber geärgert, dass eine Windel viel weniger aushält, als versprochen? In der Beschreibung und auf der Packung überbieten sich die Hersteller oft gegenseitig 5 Liter, 6 Liter oder bei den neueren Reas sogar satte 11 Liter. Viele von euch haben bestimmt schon gemerkt, dass mit diesen Versprechen etwas nicht stimmt. Auch in meinen Praxistests sind 2,5 Kilo Gesamtgewicht ein sehr gutes Ergebnis, mit Sitzen hat es bisher keine Windel nahe an 3 Kilo geschafft. In diesem Video zeige ich euch, warum das so ist und wir werden mal ungefähr so testen, wie es die Hersteller tun. Dafür nehme ich eine Little for Big Vintage Baby ABDL-Windel. Sie fühlt sich zwar weich an und sieht schön aus, doch im Praxistest ist sie wegen ihrer schlechten Saugleistung durchgefallen. Die in manchen Shops erwähnten 5500 ml theoretischer Saugleistung erreichte sie im Praxistest nicht mal ansatzweise. Sind diese Werte also erfunden? Nein, sie sind sogar als ISO-Standard vereinheitlicht. Der funktioniert ungefähr so, man faltet die Windel auf und flutet sie. Nein, natürlich nicht von einem Menschen. Sondern über eine maschinelle Einrichtung, bei der die Windel unter Wasser gesetzt wird. Ich stelle das mit einem Schlauch aus der Badewanne nach, wir lassen die Windel voll Wasser laufen. Hier macht sogar diese relativ schlechte Windel eine super Figur, der Strahl läuft die ganze Zeit rein und noch immer bleibt es im Inneren. Man kann zuschauen, wie sie immer breiter wird. Der Auslaufschutz an den Seiten funktioniert sogar liegend eine ganze Zeit lang recht gut. Aber auch wenn es nur die Badewanne ist, sind wir hier in einer Art Laborumgebung. Ihr seht schon an meiner Bewegung des Strahls, wie alltagsfern dieser Test ist. Wer eine Windel trägt, wird an ungefähr der gleichen Stelle hinein machen. Jedenfalls verteilt sich der Strahl nicht auf die gesamte Fläche der Windel. Daher ist sie im Stehen und Sitzen besonders schnell vorne und zwischen den Beinen durchnässt, während hinten am Po noch viel Kapazität frei wäre. Die Windel kann trotzdem auslaufen. Außer ihr ändert die Position, sodass ihr später beispielsweise im Liegen hinein macht. Dann kann die Flüssigkeit an den Po laufen und das Saugpolster füllt sich gleichmäßig. Aber wer macht das schon im Alltag? Der Sinn einer Windel ist ja eben, sich nicht darum kümmern zu müssen, in welcher Position man reinmacht oder wie viel man laufen lässt. Bei allen Menschen, die Windeln wegen Inkontinenz oder anderen Gründen tragen müssen, stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Bei ihnen läuft es automatisch. Sie müssen sich also darauf verlassen, dass die Windel selbst sich darum kümmert, die Flüssigkeit zu verteilen und aufzusaugen. Im einheitlichen theoretischen Test wird aber genau das Gegenteil gemacht. Man taucht die gesamte Fläche in Wasser ein, das Saugpart wird zu 100% ausgereizt. Im Alltag würde das höchstens durch Schwimmen in Windel funktionieren. Das ist aber keine gute Idee, weil Einwegwindeln dafür nicht gemacht sind. Der Inhalt bleibt nicht mehr drin und sie quellen auf. Man sieht es im Video. Die meiste Kapazität ist jetzt gefüllt und es läuft zunehmend etwas zur Seite in die Wanne. Aber trotzdem nimmt sie immer noch einen Teil des Wassers auf. Man sieht es daran, dass sie immer breiter und größer wird. An einem Menschen wäre sie schon längst ausgelaufen, bevor sich alles füllt. Im Labortest wird die Windel eine bestimmte Zeit untergetaucht und dann zum Abtropfen umgedreht. Wieder wartet man die immer gleiche Zeitspanne ab, um sie zu biegen. Zieht man das volle Gewicht vom Gewicht der leeren Windel ab, kann man die reine Füllmenge und damit Saugleistung ausrechnen. Ich habe es hier einfach gehalten und die Windel wie sie aus der Wanne kam gewogen. Ein stolzes Gewicht von 7,2 Kilo bringt sie auf die Waage. Das ist eine ganz andere Hausnummer als im Praxistest. Sogar etwas mehr als die im Shop angegebenen 5,5 Liter. Dies kommt daher, weil mein Test nicht exakt nach ISO-Norm ablief, sondern nur vom Prinzip her ähnlich, um es zu zeigen. Außerdem wissen wir nicht, wie die 5,5 Liter gemessen wurden. Es steht kein ISO dabei, also ist es wahrscheinlich eine eigene Messung des Herstellers. Je nachdem, wie man misst, ist das Endgewicht höher oder niedriger. Das sieht man schon an dem Unterschied von etwa 1,5 Kilo meiner Messung zum Hersteller. Ich habe hier etwa 200 Gramm für das Leergewicht abgezogen, dies unterscheidet sich bei leeren Windeln kaum. Hier seht ihr auch, warum man nicht mal die theoretische Saugleistung verschiedener Hersteller nicht miteinander vergleichen kann, wenn nicht beide nach ISO gemessen haben. Steht nichts von ISO-Standard dabei, muss man von einer eigenen Messmethode ausgehen. Die theoretische Saugleistung ist also maximal eine extrem grobe Einordnung. Eine medizinische Windel mit 1,5 Liter wird wahrscheinlich weniger aushalten, als eine ABDL mit 9 Litern. Mehr aber auch nicht. Vor allem aber sagt sie nichts darüber aus, wie viel die Windel im Alltag wirklich aushält. Da sind die Bedingungen ganz andere, als beim Unterwassersetzen im Testlabor. Es kommt zum Beispiel auf die Nässeverteilung und den Sitz an, all das spielt im Theorietest gar keine Rolle. Eine Windel mit schlechten Sitz wird genauso einen hohen Messwert bekommen. Bei euch am Körper läuft sie aber aus und das ist ja das Entscheidende. Wenn dich die wirkliche Saugleistung in der Praxis interessiert, schaue dir doch mal meine Praxistests an. Ich habe viele Windeln im Alltag ausprobiert. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.